Bei angenehmen Temperaturen und traumhafter Abendsonne startete Matthias Platzeck seine Sommertour durch Brandenburg. In einem stilvoll gestalteten Zelt begrüßte Matthias Platzeck die Anwesenden, ehe er sich an die Tische begab, um in ausführlichen Gesprächen mit den Gästen auf Tuchfühlung zu gehen. Viele zeigten sich neben der lockeren, ungezwungenen Atmosphäre auch von dem Veranstaltungskonzept überzeugt und waren erfreut, dass Matthias Platzeck Zeit für so viele persönliche Gespräche mitgebracht hatte. Auf seiner Sommertour wird Matthias Platzeck insgesamt an 16 verschiedenen Orten Vereinsvorsitzende, Unternehmer, Kulturschaffende und engagierte Bürger treffen und mit ihnen ins Gespräch kommen.